Okay, ich versuch's mal mit aufnehmen jetzt. Vielleicht klappt's ja... Okay, du fahrst über den Platz. Sehr schön. Schöne, entspannte Runde Wolken. Hat doch was. Und was machst du in deinen Tageszielen? Ähm, ehrlich gesagt hab ich noch gar nicht geguckt und ich weiß gar nicht, wie es geht. Wie muss ich gucken? Wir haben einen schnellen Menü da auf M. Ach so. Gut, lassen. Ah, Tagesziel. Nimm mal einen Überlebenskampfteil, spiele eine Runde Golf! Ja! Geil! Perfekt. Muss man alles machen oder kann man nur einen? Alle drei. Cool. So, ich lad dich ein. Cool, danke. Ähm, Fallschirm hab ich nicht. Kann ich nicht irgendwie schnell ein... schnell bestätigen, wenn du nicht einlädst? Ne. Ne, musst du das Handy machen. Bewusstetig. Okay. Juhu! So. Noch welche dazu holen, oder? Ne. Das dauert eh voll lange. Mhm. Mh. 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 Mach dir den schon mal gemacht? Ne, ne? Doch, einmal. Ah, okay. Gleich im voraussetzen. Gleich im Bunker. Schön. Mh. Mh. Sieht gut aus. Bisschen zu schwach. Okay. Na, immerhin neuer Rekord für mich. Ach, ich nochmal? Ah, ein B, S, A, D. Kann man auch noch. Das hab ich gar nicht gewusst. Okay. Hm. Oh. Wee! Gut. Okay. Hey, du hast ja die gleiche Jacke an wie ich, oder? Kann sein. Oder ne, oder? Ich muss mein... ne stimmt, mein... oder? Mein ist länger. Keine Ahnung. Wir müssen uns mal nebeneinander stellen. So. Juri. Ach, fuck. Nein, stopp, stopp, stopp! Ach, das sah zu mächtig. Ne, dein Jack ist kürzer. Null. Nein. Du musst doch bestimmt nicht ein halbes Vermögen für die Kloten ausgeben, so wie ich. Nein. Ist das Sand, oder nicht? Ja. Oh, noch ein Schlag. Oh Gott. Du musst jetzt einputten jetzt. Hm. Oh. Das kann doch nicht sein. Ich hätte drin sein müssen. Hm. Ach, ich wollte gerade sagen. Ich dachte jetzt drin. Hm. Na gut. Ah, fuck. Nein! 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 Ich lass mich jetzt ja alleine. Ja. Ja. Okay. Okay. Oh shiit! Perfekter Treffer! Neuer Rekord. Oh shiit! Machst du auch mein DASD? Ich mach mit der Maus. Achso, wegen dem... Drei... Irgendwas kann man da optimieren, aber ich hab's noch nicht... Ach, Schlagohr, das geht nach Zeit! Oh mein, scheiße! Ja, komm rein! Pfff! Oh! Oh! Ernsthaft? Nein! Das war doch ein perfekter Treffer! Das ist nicht so... Normale Kaffee... ... ... ... ... ... Meine Maus ist so doof, ich muss immer richtig doll drücken, damit er das nimmt! Ich hab sie zu oft runtergeschmissen! Pfff! Wann machst du noch sowas? Ich weiß auch nicht! Ja dann zieh um, ich kann nichts dafür! Oh, hey! Anger 000 ... ... ... ... K.U. Boogie. Okay, du kannst es noch toppen, ne? Mhm. Ach, scheiße. Verdammt. So, letztes noch entscheidest. Ich hab nur 3 eingestellt, ne? Ach, nur 3? Ja, das ist auch so lange. Also so spannend, ich bin den Golf auch nicht jetzt. Ohhhh. Send dich mal was, was ich ganz gut kann. Nicht so viel... Zwischen da, krass. Nur Totschlag. Äh. Äh. Auch so weit. Ach, scheiße, der Wind. Wahrscheinlich Rückenwind. Das sieht ja noch gut aus. Was ist das? Ich guck mal einen anderen Schläger. Manchmal geht's nicht, manchmal geht's nach hinten los. Was? Nein! Oh, verdammt! Ich bin doll. Oh, nö! Ich weiss voll, mein Kack. Ach, je. Ich bin doll. Ich bin doll. Ich bin doll. Schön für dich. Nein. Ach, das sehe ich jetzt erst. Man kann das mit der Maus noch einstellen. Oh, ne. Hm. Komm, es sind beide. Hm. Hm. Obwohl man schon weniger macht, ist er trotzdem noch so viel, so, soweit. Ach, verdammt. Double Boogie. Gut. Noch zweitig über jetzt. Ja. Danke. Doch, noch da unten, ey. Cool, dann ist Gleichstand, oder? Oder, oder, oder? Nein, ich bin gebraucht. Nee, Platz da. Okay, ich dachte, wir haben gleich das. Knapp. Nice, nice. Zweiter. Ach, Mano, warum gewinnst du immer? Das ist voll gemein. Sagt sogar beim Gold. Nee, warte, Arm drücken können wir nochmal machen. Ich bin stärker als du. Gibt es irgendwo einen Fitnesscenter in GTA? Vorhin gegangen. Ich habe noch nicht mal einen Fitnesscenter gefunden, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt keins. Hm, verdammt. Das war nämlich das Erste, was ich machen wollte. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Triathlon, aber es habe ich noch nicht gemacht. So, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Anschauen und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen und wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr es auch gerne kommentieren. Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Pew!